Was auch richtig wäre. Aber naja. So wie das nun mal ist. Wir finden einen Weg da hoch. Wir finden noch einen Weg, diese blöden Trolle kaputt zu machen, oder? Hier ist eine Truhe, hier war ich schon, ne? Hier sind wir her. Hmm. Hmm. Ihr habt auch keine Ideen, ne? Hmm. Hier waren wir noch nicht. Das ist ja ein Non-Tempel, hm? Warte mal. So. Sehr gut. Die haben wir. Goblins. Zack. Okay. Okay, 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 okay. Nicht zu plündern. Ähm. What the fuck, Alter? Woher kommt der denn jetzt? Den geben wir jetzt gleich mal. Ein... ein Ork-Schamane. Woher kommst du denn, Alter? Das hätte ich gern gewusst. Na komm. Oh, ich hätte warten können und ihn nicht umbringen sollen, sondern einfrieren sollen. Hätte ich dann wieder was bekommen, aber naja, egal. Okay. Unüblich. 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 Unüblich, einen Ork-Schamanen irgendwo hier zu treffen. Der noch gemeinsame Sache mit den Viechers hier macht. Okay. Ist das so richtig, dass da hinten Minecrawler rumrennen? Da oben sind Harpien, ne? Die eine Harpien ist in den Tod gefallen, ne? Ja. Fliegender Harpien fällt in den Tod. Eine Sumpfratte ist da oben noch. Jesus, was ist denn hier für eine Party los? Da wuselt es aber heftig. Okay, pass auf. Okay, der ist weg. Warte kurz. Nimm das. Okay. Was ist denn hier los? Alter. Pass auf. Ich gönne mir mal hier einen Heiltrank. Okay. Äh, Heiltrank sag ich schon. Mana Tränkchen. Und da hinten rennt halt noch Minecrawler rum. Was ist denn hier los? Hab ich hier eine Party gefunden? Das ist ja schön. Das ist ja super. Ich möchte Teil von eurer Gemeinschaft werden. Gemeinschaft der Minecrawler. Das ist wie so ein eingetragener Verein. Ach du Scheiße. Da sind ja noch mehr dran. Hallo. Uiuiuiuiuiui. Wir haben Bock. Okay. Uh. Die hatten gerade echt Lust. Ist da noch einer? Ja klar, ist da noch einer. Alter. Da hat sich wohl was festgesetzt. Aber damit haben wir auch die letzten Steintafeln. Kann das sein? Also die letzten zwei sogar. Finde ich hier noch was? Außer die Steintafelchen hier. Eine Steintafel. Fünf Dietrich. Das ist sexy. Sexy, sexy. Finde ich hier sonst noch was? Ne, ne? Die Minecrawler haben nichts dagelassen sonst. Ach ja, Gott. Nochmal. Nun. Da ist nichts. Ich kann halt nichts aus denen rausholen. Auch ist nicht schlimm. Ist alles gut. Wir brauchen das ja nicht. Aber wir haben noch lange nicht alle Steintafeln von diesen Orten hier gesammelt. Und das nagt gerade an mir. Okay. Da hinten rannte irgendwas rum. Ist ja auch egal. Da ist nichts zu. Gibt nur Fleisch. Oh ja. Mohoi. Da oben geht es wohl lang. Ah, ich glaube ich habe etwas gefunden. Ein Lederboot. Ah, eine Rolle. Eine Spruchrolle in dem Fall. Was bist du denn gewesen? Kugelblitz anscheinend, hm? Ja gut, wir könnten Feuerregen heraufbeschwören, um den zu töten. Den einen. Hm. Da. Zweikampf. Plus vier. Das ist sexy. Ich probiere mal was. Keine Ahnung, ob das was hilft. Nein. Wir sind tot. Nein, wir sind nicht tot. Dann. Opfer. Wahrscheinlich, weil wir geschlittert sind hier. Und wenn man komplett fällt, ist man instant tot. Okay. Gut, aber... Mir fehlen... Ohne Mist, mir fehlen eigentlich... ...die Fertigkeits... Wir haben eine plus drei Mana... ...nicht gesehen. Also, äh, dreier Schriftrolle Mana, die uns dann halt nochmal was drauf gibt. Das... ...fuchst mich gerade immens. Und ich hab hier auch... ...also, ich hab diese Karten hier. Ich kann mal kurz gucken, weil... ...wumpt mich. Gerade hier sollte es viele geben. Ja, also, ähm... Genau, wir haben die zwei gefunden. Was uns fehlt, ist die... ...drei Mana im anderen Tempel. Oder? Ja, im anderen Tempel. Die haben wir nicht gefunden, oder? Also, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber... Ach, da hinten ist nicht die Harpie. Okay, die ist tot. Aber bitte korrigiert mich, wenn ich hier jetzt wirklich komplett falsch liege. Weil wir haben... ...haben wir in dem anderen Tempel eine bekommen? Ich glaub, es war eine andere, ne? Hm. Hm. Oh. Hey, ich will hier hoch. Danke. Und da hab ich die hier irgendwo im Inventar rumfliegen. Und ich hab sie nur übersehen. Nee, ne? Nö. Violett und Blau haben wir noch. Ich bringe die mal... Ich bringe das alles jetzt eh erst mal zurück. Und dann... ...lege ich mich nochmal hier pennen im Spiel. Und dann gucken wir mal. Ja, das ist natürlich ärgerlich jetzt, ne? Ja. Ja. Dann mal da durch. Wo ist Zaturas? Da ist er. Moin, Zaturas. Ich bin zu dir. Wegen der Reliquien. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Diese Tafel fand ich in einem Gebäude im Süden. Ah, eine Tafel der Totenwächter. Sie waren es, die die Geister ihrer Verstorbenen beschworen. Die Verbindung zu ihren Ahnen war bei den Erbauern sehr stark. Ich fand diese Tafel in einem Bauwerk im Südwesten. Der Tafel nach zu urteilen, handelt es sich dabei um die Behausung der Priester dieser Stadt. Der Name des obersten Priesters war Kardimom. Wir wissen noch nicht viel über ihn. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Jetzt haben wir alle Reliquien zusammen, die wir brauchen. Du hast uns einen sehr großen Dienst erwiesen. Ich danke dir. Das wird uns in unseren Studien einen entscheidenden Schritt nach vorn bringen. Glaub mal. Aber jetzt müssen wir noch überlegen. Wir müssen noch mit allen reden. Ich habe so eine Idee. Achso, Moment. Gut, dann brauchen wir das nicht. Wir reden noch mal mit allen. Vielleicht haben sie Tipps oder so für uns jetzt noch mal. Magische Kraft steigern nie im Leben. Das könnt ihr vergessen. Wenn ich einen Geist sehe, dann sage ich dir Bescheid. Lehre mich die Fremde. Es gibt nichts mehr. Okay. Sehr schön. Dann haben wir alles gelernt. Also ich kehre sonst ins Tal zurück. Ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Aber wer weiß das schon. Vielleicht solltest du trotzdem besser dafür sorgen, dass sie verschwinden. Das Haus der Heiler steht mitten in der Sumpfregion und wurde von einer Menge Steinwächtern verteidigt. Es steht also immer noch? Ja. Fragt sich nur, wie lange noch. Mich schmerzt es in der Seele, wenn ich die Zeugen der Vergangenheit in diesem zerfallenen Zustand sehe. Im Haus der Priester waren jede Menge Mindcrawler. Ist so eine Gegend nicht sehr ungewöhnlich für diese Tiere? Allerdings. Bei Adanos. Seltsame Dinge geschehen in dieser Region. Das Haus der Totenwächter wird beherrscht von der Macht des Bösen. Ich glaube, ich habe selten so viele Zombies auf einem Haufen gesehen. Das ist bedauerlich. Die Totenwächter wurden offenbar Opfer ihrer speziellen Fähigkeiten. Ihre Verbundenheit zur Totenwelt hat ihnen schwer geschadet. Ich hoffe, du hast sie von ihrem Leid erlösen. Wir haben doch eigentlich alles geklärt. Wie kommst du darauf? Ihr Anführer ist tot. Wollen wir hoffen, dass du recht hast? Störungen dieser Art können wir jetzt nun wirklich nicht gebrauchen. Na gut. Die Orks habe ich ja erledigt. Erzähl mir mehr. Was willst du? Na gut, okay. Das ist egal. Wir kennen uns hier schon. Ja. Erzähl mir nochmal, wo sich jedes einzelne befindet. Das Haus der Gelehrten ist eine große Bibliothek. Sie muss irgendwo weit im Norden sein. Haben wir schon. Das Haus der Krieger war damals eine von Felsen umringte Festung im Osten. Die Priester und die Totenwächter hatten ihre Behausung nahe beieinander. Du solltest sie im Südwesten finden. Und die Heiler hatten ihr Haus der Genesung im Südost. Sie sind erhöht. Eine steile Treppe führt in den von hohen Säulen verdeckten Eingang. Kennen doch alle, oder? Lehre mich die Kunde. Was willst du? Elixier der Geschicklichkeit. Nope. Gut. Dann haben wir das hinter uns. Ne. 15. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Ich bin halt richtig fett unterwegs, aber... Nope. So, dann sprechen wir nochmal mit... Müx hier. Ne, Müx hier haben wir schon. Wo ist der mit den Geistern? Ja, noch 4000, dann haben wir die nächste Stufe. Es geht schnell, gerade hier. Lass. Irgendwas Spannendes für mich. Angst, Geysir, blablabli, nö. Können noch ein paar reines Mana von dem holen, aber... Okay. Ich lass noch auch das ganze Zeug gerade hier. Ich weiß, wir könnten es jetzt verkaufen und so, aber... So, wir haben noch zwei Dinge zu klären. Einmal... Brauche ich von hier aus... Also, die Kasse der Krieger, das ist das ganz hinten. Da, wo die Banditen sind. Das müssen wir auch noch klären. Da müssen wir erst noch rein. Ähm... Dann haben wir noch... Warte mal. Was, wenn das, was ich suche... Ja, das, was ich suche, ist da, wo wir nicht hinkommen. Okay. Dann kümmern wir uns um den Troll. Also da, wo dieser eine Steinwächter war. Ihr erinnert euch? Den ich von oben beschossen habe. Aber ihr habt noch keine Ahnung, wie ich da rüberkomme. Dann muss ich mir... Nochmal vielleicht... Muss man entweder weiterkommen oder Gedanken später machen oder so. Keine Ahnung. Vielleicht kriege ich irgendwann Levitieren oder sowas und dann... Ey. Nerv einfach nicht. So. Dann gehen wir mal da gucken. Oder nochmal. Ach nicht. Hätte ich gar nicht hochgemusst. Vielleicht... Da hinten war ja ein Gebäude. Vielleicht gehen wir nochmal kurz zu dem Gebäude da rechts. Also... Ihr werdet es ja gleich sehen. Ähm... Da, wo der Troll war. Vielleicht finden wir eine Schrumpfenschriftrolle. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten... Müssen wir uns Gedanken machen. Und wir den halt dann eben nicht irgendwo verbacken lassen oder so. Weil... Da ist nichts zu tun. Weil... Ich meine... Schießen kann man den immer. Aber... Ist das das Ziel? Ui. Es gibt doch bestimmt einen schnelleren Weg. Zumal ich halt die ganze Zeit Mana irgendwie... Zusammen kratzen muss. Und das ist halt so... Üh. Ich könnte mir vorstellen, dass hier jemand irgendwas liegen lassen hat oder so. Oder ich komme in den herum. Und das wäre natürlich noch viel lustiger. Na, warte mal. Hier geht es noch hoch. Ist dem richtig so? Alter! Danke. Ist das hier irgendwas? Nee, ne? Nicht mal eine Spruchrolle oder so. Da hinten ist irgendwas. Wenn, dann muss ich einfach nur Gas geben und drüber rennen. Kann ich mal ein Snapper-Kraut reinpfeifen. Nee, hier ist auch nichts. Oder... Oder... Warte mal. Hm. Oh nee, das sind Pilze. Ich hab schon gedacht. Fall da runter. Okay, er kommt nicht. Oh nein. Stärke. Wow. Soll ich den jetzt hauen oder was? Er ist ein Außerhelden. Nicht, dass das nichts bringt, aber es bringt nichts. Okay, pass auf. Schmelzt die da hinten zusammen. Der Troll, dem geht es noch immer nicht. So pralle. Okay, pass auf. Ich renne mal um den Hajo rum. Und gucke mich mal um. Ja. Ja. Hui. Glück gehabt. Also, wie gesagt. Zum schießen sind wir Platz hier. Das ist nicht das Problem, den hier jetzt zu hauen. Ihr seht ja, wie viel das bringt. Nichts. Hm. Also, wir könnten jetzt natürlich super dreist sein und das hier einmal machen. Uiuiuiuiuiui. Der hat aber Bock. Und vielleicht nur einen großen Feuersturm entgegenwerfen. Ich hab keine Ahnung. Oh, der kostet aber ein bisschen mehr. Hm. Ja gut, aber wir haben denen jetzt so viel Schaden zugefügt. Wobei, wir machen noch eine Sache. Wir probieren es damit. Aua. Das Unwetter tut dem Troll nichts an. Hab ich schon verstanden. Tut roundabout genauso viel an. Wenn der gleich hochkommt. Naja. Hätte ich noch irgendwas, was ich auf ihn werfen könnte. Ich könnte es nochmal mit dem hier probieren, aber... Dafür fehlt mir Mana. Dann schauen wir mal drauf. Tschüss. Tschüss.